Meine Damen und Herren, wertes Publikum, wir befinden uns hier am Landsitz von Miss Sophie. Den Namen des ehrwürdigen Geschlechts verschreibe ich mir aus Gründen der Diskretion. Miss Sophie hat ihre vier besten Freunde zu einem Geburtstagsdiener eingeladen und ich möchte Ihnen jetzt die Tischfolge vorstellen. Hier wird Miss Sophie sitzen, hier wird Sir Toby Platz nehmen, hier wird Admiral Schneider sitzen, dort drüben wird Mr. Pomeroy Platz nehmen und dort Mr. Wintergotten. Wir haben nur eine kleine Schwierigkeit. Miss Sophie ist nicht mehr die Jüngste. Sie feiert heute ihren 90. Geburtstag und sie hat ihre vier Freunde schon lange überlebt. Den letzten von ihnen hat sie vor 25 Jahren zum Grabe getragen. Dennoch möchte Miss Sophie nicht auf dieses Geburtstagsdiener verzichten. Sie werden Verständnis haben, dass die Herrschaften heute nicht hier erscheinen werden. Butler James wird sie vertreten. Das ist im letzten Jahr gut gegangen und es wird auch heuer gut gehen, denn dieses ungewöhnliche Dinner for One hat immer den selten Ablauf. James wird Miss Sophie fragen, same procedure as last year, gleicher Ablauf wie im letzten Jahr und Miss Sophie wird antworten, same procedure as every year, gleicher Ablauf wie in jedem Jahr, wobei die Betonung hier mehr auf every year liegen wird. Die weitere Unterhaltung zwischen den beiden ist für Sie ohne Belang. Sie können also diesem ungewöhnlichsten Geburtstagsdiener aller Zeiten völlig ohne Mühe folgen. Meine Damen und Herren, werdetes Buchlikum, ich wünsche viel Vergnügen. Butler James Ein Wunscher Untertitelung. BR 2018 Good evening, Miss Sophie. Good evening. Good evening, James. You're looking very well this evening, Miss Sophie. Well, I'm feeling very much better today. Thank you, James. Good, good, good. Well, I must say, everything looks nice. Thank you, madam. Thank you. You're all here for your anniversary, Miss Sophie. Is everybody here? Everybody here, yes. All five places laid out. All five places laid out as usual. Sir Toby? Sir Toby, yes. Sitting here. Admiral von Schneider? Admiral von Schneider is sitting right here, Miss Sophie. Mr. Pomeroy. Mr. Pomeroy, I've put round here for you. And my dear friend, Mr. Winterbottom. On your right, as you request. Thank you, James. You may now serve the soup. The soup. Yes, madam, yes. A bit of Manicatoni soup, madam. I'm particularly fond of Manicatoni soup. Yes, I know who you are, I know. I think we'll have sherry with the soup. Sherry with the soup. Yes, madam. By the way, the same procedure in the last year, Miss Sophie. Same procedures every year, James. It's the same procedure as every year, James. Is it a dry sherry, James? Yes, madam, very dry, very dry indeed it is. Strayed out of the cellar this morning. 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 Sir Toby. Strayed out of the cellar this morning. Mr. Pomeroy. 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 And my dear Mr. Winterbottom. Now, here we are, you know lady. Here we are. Nein, nein. Du bist jetzt mit den Fisch. Der Fisch? Ich bin der Fisch. Du bist der Fisch? Das ist das, James. Ich denke, wir haben eine Warte mit den Fisch. Eine Warte mit den Fisch. Die gleiche Procedure in den letzten Jahren? Die gleiche Procedure in drei Jahren, James. Ja, ja. Schuss. 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 Das ist der Winterbottom. Oh, hier we are then old lady, hier we are then. You're good looking and it's every time, very nice. Thank you for being here, thank you. Please serve the chicken. The chicken, yes. The chicken looks like a very fine bird. Das ist sehr gut. Ich denke, wir haben Champagne mit dem Bird. Champagne mit dem Bird. Das ist die gleichen Procedur in Last, oder? Die gleichen Procedur jeden Jahr, James. Ja. Das ist das. Champagne, Champagne. Champagne. Ja. 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 Do you want some fruit? I think we'll have port to oak the fruit. Port to fruit. Yes, James, the same procedure as last year. Do you want some fruit? Good morning. Sir Toby? Good morning. And the font of the schnider? Stop. Das ist der Winter Button. Das ist der Winter Button. Oh, sorry man, sorry, sorry. Das ist der Winter Button. I kill a cat! Well, James, it's been a wonderful party. Yes, it's been most enjoyable. I think every time... You're going to bed? Yes. As I was saying, I think every time. Yes, um, by the way, the same procedure in last year or something? The same procedure as every year, James. Yes. Well, I'm enjoying my very best. Yes. 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 Yes, I'm sorry. Yes, I'm sorry. I'll see you soon. No, no, no. No, no, no. The sun is exactly right.